Kapitel 7 Des Kaisers Gefolge Sag mal so Epsilon, du hast nicht zufällig Amagaga irgendwo gesehen, oder? Nein, das habe ich nicht! Warum? Sollte ich das? Das Zoroak war gerade in Elementaras kleiner Bibliothek im Turm gewesen. Auf der Suche nach Informationen, die ihr Ziel auch nur einen einzelnen Schritt näher bringen könnten. Hierbei war jedoch ihr Teampartner hinzugestoßen, um sie mit dieser sehr verwirrenden Frage zu unterbrechen. Ich hätte es zumindest gehofft. Monagoras hat mir berichtet, dass Amagaga schon den ganzen Tag nirgends aufzufinden war. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht die Gelegenheit genutzt hätte, an ein paar Bücher zu gelangen, von denen wir ihn sonst gerne fernhalten, aber... Wenn er nicht mal hier ist, wo dann? Nun, das war tatsächlich eine gute Frage. Das Chemielabor des Fossils war in dieser Welt kein Geheimnis. Somit würde Monagoras wohl dort nachgesehen haben. Elementara hätte Bescheid gesagt, aber was würde er auch von dieser wollen? Bei Polana Batra konnte er schon mal gar nicht sein, denn diese waren vor einigen Stunden auf die Reise zum Eisberg aufgebrochen. Und alleine trainieren? Niemals, das hast du der Kerl ja schon in Gruppen. Sonst kannst du schätze ich an der Rezeption vom Turm fragen. Vielleicht hat ihn dort jemand gesehen. Und ansonsten müssen wir wohl hoffen, dass er irgendwann bald zurück ist. Es gäbe viele Gründe, aus denen er auch einfach irgendwo ganz anders hingegangen sein könnte. Und wie ich Amagaga kenne, wird es kein logischer sein. Stimmt, auch wieder. Du hast nichts Neues rausgefunden, oder? Sehe ich so aus? Ich versuche seit Stunden zumindest das Wort Plotkaiser in irgendeinem Buch zu finden. Wenn ihr nicht zu sehr darauf bestehen würdet, würde ich euch nicht glauben, dass er überhaupt existiert. Wie soll man einen Feind durchschauen, der nie sein Gesicht zeigt? Wie wäre es, wenn du mal deinen Fokus umlenkst? Es dauert nicht mehr lange bis Saisonende. Und wir wollen immer noch Champions werden. Und wie realistisch ist das? Wer sind denn gerade Champions? Nordica? Diese Frage schien Seraora etwas aus der Bahn zu werfen. Äh, nein, also letzte Saison haben sie nicht gewonnen, aber was tut das zur Sache? Wie willst du den Titel ohne die Champions zu besiegen? So ungewöhnlich ist es jetzt auch nicht, dass die Sieger der Vorsaison nicht direkt wieder ins Finale kommen. Ähm, warte, 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 es ins Finale schaffen? Zeig mir bloß nicht, dass das gesamte Konzept des Königsliga-Turniers hier anders funktioniert. Du willst mir gerade nicht erzählen, dass da, wo du hier kommst, wenn Ama Gaga und Monagoras da die Liga geleitet haben, ihr dieses völlig beschissene Konzept der beiden unironisch ausgespielt habt. Dieses schrecklich ausbalancierte Konzept, in dem die Sieger der Saison einen massiven Vorteil haben und die Chance auf neue Champions jede Saison gegen Null geht, während gleichzeitig die Champions genau einen Tag lang was zu tun haben. Ich meine, wenn man es so formuliert, wenn du es nicht machst, dann bräuchte ich aber eine Erklärung, wie es bei euch funktioniert. Simpel halt und logisch. So ein Scheiß wie ein Champion-Duell hat Elementara direkt aus dem Plan gestrichen, als sie begonnen hat, die Liga zu leiten. Die Champions einer Saison haben das Kaiser-Emblem als Siegeszeichen, aber sonst sind sie ein normales Team, was ihre Saison spielt, sich fürs Turnier qualifizieren muss und dann dort gewinnen, wenn sie den Titel behaupten wollen. So, dass es deutlich mehr Variationen gibt und Teams alle eine Chance auf den Titel haben. Hat euch dieser schwachsinn voller Champion-Privilegien nicht irgendwie gestört? Nein, und dich dort auch nicht. Aus sportlicher Perspektive war es wohl etwas unfair. Das gebe ich zu aber. Denk mal an die Zuschauer. Während hier das Gewinn vergleichsweise einfach für Nicht-Champions ist, hatten wir jedes Ersorfs neue eine Underdog-Story, in der gleichzeitig die Herausforderer nichts zu verlieren hatten und auch nichts zu gewinnen. Wie soll man als Herausforderer denn effektiv ein Champion zu Duell gewinnen, weil die Champions sich einen Tag vorher bequem hinsetzen können und alle Taktiken ihrer Gegner beobachten und drumherum planen können, während die anderen Teams alles geben müssen, um sich überhaupt fürs Duell zu qualifizieren? Vermutlich kommt es einem weniger komisch vor, wenn man daran gewöhnt ist. Wenn du meinst. Aber ich gehe davon aus, dass Nordica bei euch dann Champions waren, wenn du mich schon so fragst. Ja, sie erinnern einen recht rasanten Aufstieg. Haben bald ja ein Tier in Team Iron Fist geschlagen und danach für viele Saisons ihren Platz an der Spitze ohne überhaupt knappe Champion-Duelle behalten. Sind sie aber schon auch starke Kämpfer oder nicht einmal das? Vielleicht die Besten. Wir haben ein Turniersystem, wo man über so etwas diskutieren darf. Alleine Kerl aus Elementara und Darkrai ist für die meisten Teams zu viel. Gerade Darkrai. Ich bin oft genug froh, den Kerl nicht zum Feind zu haben. Darkrai ist stärker als Elementara? Deutlich. Was soll aber bei euch denn damals los? Darkrai ist der beste Kämpfer der Liga und es knapp zu nennen, wäre mehr als eine Lüge. In einer Liga zu kämpfen, die so unterschiedlich im Vergleich zu der eigenen war, würde definitiv ein Problem werden. Wie sollte Y irgendjemanden sinnvoll einschätzen, wenn alles, alles sein konnte? Aber vermutlich machte diese Machtverteilung Nordikas wohl auch Sinn. Nun, ist wohl logisch, ja. Woher komme ich, weil ich mit Tarra nicht mit der Liga-Leitung beschäftigt, sondern voll auf den Kampf konzentriert, während Darkrai genug andere Sorgen hatte. Das Sorok hatte nicht unbedingt auf ihre damalige Plot-Elite eingehen wollen, doch ein Blick Seraoras zeigte ihr, dass sie schon zu viel gesagt hatte, um noch drum herum zu kommen. Darkrai war ein Teil meiner Plot-Elite und damit genug belastet, auch wenn er ein leidenschaftlicher Liga-Kämpfer war. Darkrai war dir unterstellt. Ach du meine Fresse, hättest du nicht schon Beweise geliefert, werde ich dir kein Wort davon glauben. Selbst wenn ich es mit aller Macht wollen würde. Ich sag's dir, wie's ist. Ich glaub dir inzwischen, dass du ne starke Kämpferin bist. Auch wenn dein Kampfstil in meinen Augen unsportlich ist, aber... Aber Darkrai, du hättest keine Chance. Ja, weil er im Prinzip von Natur ist, der perfekte Konter gegen meinen gesamten Kampfstil ist. Er wirft keinen Schatten, ist ein Unlicht-Typ, ist agil. Er könnte drei Schatten werfen. Ich bin fest überzeugt, dass das nicht einmal... Ich bin fest überzeugt, dass nicht einmal er selber sich stoppen könnte. Alles klar. Seraora war ein großer Fan von Darkrai in dieser Welt. Was nichts daran änderte, dass diese Lobreden übertrieben waren. Und auch das ursprüngliche Thema mehr als nur verfehlten. Wolltest du da nicht irgendwie nach Amagaga suchen oder so? Ich will weiter recherchieren. Ah ja, stimmt. Dann lass ich dich mal weiter verzweifeln. Na danke. Dir auch noch viel Spaß. Ohne weitere Antwort ging also Seraora wieder und hinterließ Epsilon mit sich selber. Mit sich selber und einem massiven Stapel Bücher. Sie sind zurück! Monagoras unterbrach das Training seiner Teamkollegen plötzlich. Seit Amagagas Verschwinden waren inzwischen mehrere Tage vergangen. Epsilon und Seraora waren gerade im Ring am Kämpfen gewesen. Von ihrem verlorenen Teamkollegen hat es keine Spur gegeben. Auch am Abend war er nicht wiedergekehrt. Somit hatte Team Slash zunächst nichts tun können, als auf seine Rückkehr zu hoffen. Jedoch war Amagaga nicht der Einzige, dessen Rückkehr ausstand. Denn Team Polana Batra hatten sich ja ebenfalls auf eine Reise begeben. Und sie waren auch, wen Monagoras hier nun ankündigte. Das Duell auf dem Feld endete sofort, als Epsilon heraustrat. Schon? Sie waren wirklich schnell? Wo genau sind die drei? Noch bevor Monagoras selbst antworten konnte, ertönte eine Stimme aus den Lautsprechern der Ebene. Team Slash kommt bitte schnellstmöglich zur Gemeinschaftsebene. Alles klar? Ich kann's mir denken. Es dauerte offensichtlich nicht lange, bis sich also die drei an den Ort begaben, an welchem sie erwartet wurden. Team Nordica war bereits völlig versammelt. Und auch Polana Batra war anwesend. Und der Ausgang ihrer Reise war deutlich sichtbar. in Form eines goldenen Beinschützes, welchen Kel bei sich trug. Und Aurora, welcher nun ein Volnona war. Also, war es tatsächlich so einfach gewesen? Beinahe schämte sich Epsilon schon für den Plot, Kaiser, der anscheinend nicht einmal genug Gegenwert zeigen würde, um Polana Batra überhaupt ein Gegner zu werden. oder? Also, wir... Tut mir leid, ich meine... Elementara, darf ich bitte anfangen? Angesprochene nickte bloß. Danke. Also, wie alle hier Anwesenden wohl sehen, sind wir erfolgreich gewesen. Epsilon, du hattest recht, die Plotammer war genau dort, wie du gesagt hattest. Und... Naja, irgendwo hatten wir fast gehofft, in eine Falle zu geraten, nicht? Wir wissen jetzt sicher, dass der Plotkaiser von der Rüstung weiß und wir wissen auch, dass er nicht alleine kämpft. Jenen Gedanken über den Mangel an Gegenwehr müsste Epsilon damit wohl zurücknehmen. Er kämpft nicht alleine? Heißt das, ihr habt tatsächlich einen Anhänger des Kaisers getroffen? Ja, er hat uns in der Höhle angegriffen, als ich mich gerade entwickelt hatte und... dass jetzt wohl Nona stoppte kurz. Irgendetwas schien sie vom Weitersprechen abzuhalten. Und mir scheint, dass die Lage auch eure Fragen beantworten könnte, wenn ich mich so umgucke. Amagaga ist uns gefolgt und hat uns angegriffen. Niemals! Amagaga würde so etwas nicht tun! Dazu ist er... nicht... in der... Lage... Du hast selber bemerkt, dass das eine Lüge ist, nicht? Amagaga ist nicht ganz dicht, das wussten wir alle. Aber anscheinend ist es noch schlimmer, als wir dachten. Er stellt sich auf die Seite, die am meisten Chaos anrichtet. Zuerst habe ich das von seiner Begründung verstanden. Aber das ist schrecklich. Einer von uns war die ganze Zeit auf der Seite des Plotkaisers und war sogar eine Weile bei diesen Treffen mit dabei. So schlimm es auch ist, es ist eine Spur. Ich habe lange genug darauf gewartet. Und jetzt sieht es aus, als hätte ich endlich einen Wegweiser. Es ist wie für eure Abreise sagte, Polana Watra. Die Reise wird den Stein ins Rollen bringen. Nun, vielleicht übersehe ich etwas, aber wie genau hilft dir dieses Wissen nun? Erst wie Polana sagte, Amagaga würde sich jedem anschließen, solange derjenige irre genug ist. Das stimmt. Noch habe ich die Information nicht. Aber die wird er mir sicher selber geben. Ich bin zwar für stark, dass er zurückkommt, aber ich werde ihn suchen. Ich werde ihn finden und dann darf er mir alles verraten, was ich wissen möchte. Und wenn er das nicht will, dann sorge ich dafür, dass er das will. Du willst ihn also suchen? Das ist doch gar kein Anhaltspunkt. Er könnte überall sein. Oh, ich glaube durchaus daran, ihn bald von der Nähe Kiratowns antreffen zu können. Er wird nicht ohne Grund auch vorher hier gewesen sein. Überlässt das nur mir. Etwas anderes hatten wir nicht vor. Also sind dann alle nötigen Informationen ausgetauscht. Denn dann will ich das Treffen schließen. Fast. Epsilon, wir haben die Rüstung jetzt. Willst du uns nun sagen, wo wir als nächstes hin müssen? Nein. Nein, das will ich nicht. Darum kümmern wir uns, wenn ihr etwas weiter seid. Sagen wir, kommt in die Königsliga. Dann reden wir weiter. Eine weitere Bedingung. Aurora war empört. Wieso? Warum willst du so dringend, dass wir erst in der Liga kämpfen? Geht es hier nicht um mehr? Hast du nichts anderes zu tun, als uns durch die unnötigsten Aufgaben zu hetzen, wo wir doch auf derselben Seite stehen sollten? Ich weiß, dass ihr derzeit nicht verstehen könnt, warum ich euch so herauszögere. Aber vertraut mir, ich habe einen Grund. Ihr werdet es bald verstehen, wenn es zum letzten Teil geht. Aber vor allem liegt es nur an, euch zu trainieren und eure Kampfkünste zu stehlen. Nächste Woche ist das Turnier. Ich denke eigentlich schon, dass ihr gewinnen solltet. Also, beschweren bringe ich euch nicht weiter. Da muss es wohl der Kampf tun. Kümmert dich also um die Liga. Ich werde mich in der Zeit unserem alten Freund widmen. Nervöse Blicke fielen durch den Raum. Alle bemerkten den drohenden Unterton der ehemaligen Kaiserin. Aber andererseits blieb Zweifel. Noch hatte sie viel versprochen. Gezeigt, dass sie kämpfen konnte. Aber was sonst hatte dieses Sorok bisher geschafft? Obwohl so wenig anders war, wirkte alles so viel schwieriger, seitdem die Sorok, die sie alle kannten, durch Epsilon ersetzt wurde. Doch sie alle ahnten nicht, dass die Schwierigkeiten gerade erst begannen. Denn nun hatte sie endlich gefunden, wonach sie seit ihrer Ankunft gesucht hatten. Und nicht nobody know what I can't do. Vielen Dank.